Hallo zusammen, ich bin Wissler Gummibomb und willkommen zurück zu Let's Plays Ladies Spire. Wir spielen mit der Stille. Immer Aufstiegsmodus, Level 16. Das ist, glaube ich, die vierte Folge, die ich heute aufnehme. Das ist also hier Fließbandarbeit. Wobei, nein, das ist selbstverständlich keine Fließbandarbeit, weil das ist organische Bio mit Himalaya Salz Let's Play. Nicht die Massenware, die von kleinen chinesischen Kindern hergestellt wird. Nein, ich schweiß, ich bin kein chinesisches Kind. Honestly, nicht, dass ich irgendwas gegen chinesische Kinder einzuwenden wäre. Die sind auch toll. Nur vielleicht sollten sie nicht arbeiten. Nicht, dass ich will, dass sie arbeiten. Erhalte die zufällige, seltene Karte. Fuck it. Max Trefferpunkte. All I'm saying is I'm not racist. Fuck you. Erhalte die zufällige, seltene Karte. Max Trefferpunkte plus 6. Transformiere zwei Karten. Erhalte ein zufälliges Boss Relikt. Erhalte eine zufällige, seltene Karte. Geistform. Interesting. Geistform ist wirklich interessant. Äußerst interessant. Ich mach gerade was mit meinem Finger. Und zwar Kreisbewegungen. Nicht, dass... Jesus. Leute. Was ist mit euch los? Ich hab mir diese weirden Gedanken, die Leute haben. Äh, zwei Feuer, ähm... Drei Feuer, vier Feuer. Also die vier Feuer waren jetzt, Wunsch der Vater, das Gedanken, aber... Man kann sie mal laut sagen und dann schauen, ob tatsächlich irgendwas in der Richtung passiert. Ich glaube, im Gen, äh, Meister Elite, drei Feuer... Ich hab mir gedacht, das ist vielleicht nicht korrekt, wenn ich den, den epileptischen Elite nenne. Ist mir dann irgendwann aufgefallen. Dass das vielleicht... Keine Ahnung, wie ein Stern könnte. Von dem her lassen wir's. Und nenn ihn jetzt Meister. Hab ich ihn jetzt immer Meister? Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst genannt habe. Chefelite. Meisterelite. Weirdo-Elite. Irgendso was. Geistform. Alter, zwei Material ist aber nicht viel. Wollte ich nur gesagt haben. Das ist einfach nicht viel. Aber da würde ich wahrscheinlich innerhalb von zwei Ziegen killen können. Deswegen war das ein Geniestreich, den ich gerade gemacht habe. Es wäre natürlich cool, wenn wir sowas bekommen würden, wie, wie heißt es, ein Nachbild. Dafür wird sich das sehr... Ich meine, Messetanz können wir uns schon einmal aufreißen hier. Das wird dann in die Basten. Versteht ihr euch mal? Weil dann, da ist die Geschicklichkeit ja wurscht für sowas. Messetanz. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Neutralisieren. Einmal Schlag. Einmal das. Das reicht. Zweifelverteidigen. Ah, ja, ich weiß nicht. Messetanz. Einmal zweimal. So, jetzt zweimal blocken. Ja, irgendwas Kreis, das werden wir da schon ziehen. Entweder es immateriell oder drei Schläge. Oder neutralisieren. Something. Einmal. Whamst. Whamst. Blocken alles. Easy. Und Schlag. Schlag. Alternate Karte. Kniestuss. Vollstrecker. Wir gehen in die eine Richtung. Wir bauen uns unser korrektes Deck zusammen. Fortsetzen. Opfern. Wenn ich eine seltene Karte opfer, ist es dann besser, was wir jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich, ich frage ihn nur. Wir könnten doch Verteidigen mal loswerden. Wir kriegen jetzt immateriell. Also, nicht unbedingt immer. Aber immer öfter, oder? Wie geht das? Egal. Messertanz. Äh. Was ist das? Auch vier? Sechs. Okay. Dann machen wir mal einmal, zweimal. Und dann machen wir zwölf hier. Heidi. Und dann machen wir noch einmal Überlebenskünstler. Und das hätte schlimmer auch laufen können. Vier Schaden allerdings. Ist natürlich nicht schön. Ich will auch nichts beschönigen. Nein, ich bin offen und ehrlich. Offen und ehrlich, offen und ehrlich. Neutralisieren. Verteidigen. Nochmal verteidigen. Schlag. Einmal Schlag. Nochmal Schlag. Also für Strecke. Aber es ist genauso viel wie ein Schlag. Schwäche tragen. Abwehr aufspießen. Meh. Meh. Yes, please. Wobei, ich meine eigentlich nein. Aber sagen wir trotzdem ja. You know what I mean? Neutralisieren. Ich glaube, wir killen einfach dich zuerst. Wenn es geht. Weil du bist jetzt nicht nachher stärker. Ja. Und wir hauen einfach so viel drauf wie geht. Aber wenn wir eigentlich hätten Geist vormachen können. Wobei, jetzt wird es mit sterben. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ein Neu. Das war jetzt alles ziemlich deppert. Ja, jetzt gibt es nur Verstrecker. Dumm. Das nervt. Okay, wir kriegen dich wenigstens weggekillt. Das ist ein Beutel. Aber könntest du aufhören? Zehn Schaden rauszuholen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das ist neutralisieren und nicht so besser. Das ist auch unter aller Sau. Nicht unter aller Sau. Einmal. Zweimal. Einmal. Einmal bis sie zu wenig Schaden. Schlag. 19 Goldenergie, Trank, Wurf, Pfeil, Dolch. Lass mich mal nachdenken. Dolchfächer ist gut. Ich sag, ich muss ausruhen. Aber es ist, schau, wenn ich jetzt schon wieder ausruhe, dann komm ich schon wieder in dieses, ah, ich kann immer noch ausruhen, ich kann immer noch ausruhen. Und dann geht es nicht sehen hier aus. Also wir müssen jetzt einfach mal, wir müssen mal schaffen. Oh, shit. Wir haben nachher auch noch meinen Gegner. Alright, I might die. 9, 12. You monster. Ich hätte neutralisieren besser machen sollen. Ja, Punkt ist aber auch der. Was soll der Schaß? Was ich brauche, ist ein Messertanz und dann ein... Was ist der Schaß? Ah, fuck. Jetzt müssen wir angreifen. Mit was soll ich hier angreifen? Was ist der Schmarrn? Ja, wie soll ich den killen? Wie soll ich den killen? Das ist impossible. Das ist so lächerlich. Ja, nochmal 2x6. Wir haben 24 Schaden. Das ist komplett... Anate. Bullshit. Aua. Ja, jetzt kriegen wir den Messertanz. Wenn man nichts anderes Gescheites machen kann. Oh, Gott. This is so bad. Ich muss ja jetzt quasi Geistform machen und dann los geht's. Jetzt haben wir nur einen Zug. Wo ich tatsächlich... Wobei, dann ist er wieder... True story, actually. Dann macht er mal wieder kurz einen Zug lang keinen Schaden. So. Möglicherweise haben wir es jetzt gerade geschafft. Ja, nicht denn das hier passiert. Logischerweise. God fucking damn it. Ja, das wird nix. Es wird nix. Ich kann nix dagegen machen. Es ist null Block. Es ist... Es war wieder das Spiel wenig. Es ist unkooperativ. Unkooperativ bis zum Gehtnichtmein. Nur weil ich nicht heile vor dem Milite. Dann sagt das Spiel... Nee, du solltest heilen vor dem Milite. Eh, sonst gebe ich dir die Karten nicht. Du, du, du... Nachtragendes Ekel. Magst treffer Punkte plus 6. 1, 2, 3. Ich rede aber jetzt nur noch so. Um der schwere Situation. Eingemessen zu sein. Haben wir wirklich nur 3 Feuer? Come on, no. Okay, okay. Fuck it. Jesus Christ. Dann halt so, Spiel. Dann halt so, bitteschön. Mein Gott. Versucht mal einmal ein bisschen kreativ zu sein mit deinem Run. Und was kriegt man dafür? Einen Haufen Scheiße auf nem Teller. Ich hätte zweimal verteidigen sollen. Jo, spiel doch. Come on. Dude. Okay, Schlag. There we go. 18 Gold. Nein. Nein. Wir nehmen Dolchfächer. Ja. So, jetzt haben wir einen Dolchfächer aus. Wie gefällt dir das, hä? Ich mach 6 und 7 Schaden. Bam. 6 Schaden. Neue Trilisier. Nochmal 6 Schaden. There we go. 19 Gold. Erhalte die Karte. Geben wir auf Gift. Das machen wir nie. Ja, fuck it. Geben wir auf Gift. Ich fühle mich giftig. Einmal verteidigen. Nochmal verteidigen. Durchfächer. Den. 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 Der ist jetzt ein bisschen spät, um das Gift zu bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem macht der Ärger 12 Schaden. Wenn ich einen verteidigen auf der anderen. Was nicht optimal ist, könnte man sagen. Nicht, könnte man fast sagen. Bam. So. 19 Gold. Nochmal tötiges Gift. Warum? Zweimal. Warum? 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 Nochmal tötiges Gift. Dann werden alle unsere Schläge los. No, ich lerne nichts. Ich weigere mich, irgendwas zu lernen. Fuck it. Meine Schlaglust. See, fuck her. Nur normale Elite. Gott, musstest du sein. Oh mein Gott. Und ich habe keines der beiden Vergiften am Anfang. Yes. This, yeah, yeah. Na, das ist geil. Das macht Spaß. God fucking damn it. Ey, wir sind noch nicht tot. Also, außer ich mache das Vergiften auch dann so eine nächste Runde tot. Also, die Runde meine ich. Nächste Runde sind wir so oder so tot. Ich bin einfach dagegen, weil es dieser Gegner ist. Deswegen will ich überhaupt nicht mehr überleben. So, der ruhig der andere zeigen können. Der könnte es halt nicht sein. Mit zwei Vergiften im Deck. Und man heilt nicht. Yes, I know. I know. Aber das Spiel legt es auch einfach gerade darauf an, mir zu beweisen, dass ich heilen sollte. Und ich bin nicht lernfähig. Ich bin jetzt trotzig. Fuck it. Ich heile nie wieder. Look at me go. Schauen wir mal, wem es zuerst verleidet spielt. Die oder mir. Wenn ich immer nach drei Minuten sterbe. God damn it. Wo ist denn das dritte Feuer? Jedes Mal werden es weniger Feuer. Was ist das hier? Was soll das sein? Zwei Liter mit drei Feuer jetzt. Der andere haut noch direkt hintereinander. Ja, wieso? Ich meine, wieso eigentlich nicht? Können wir schon mal an. Ich heile trotzdem nicht. Mir ist es egal. Du halt fünf Liter hintereinander, wenn es dir Spaß macht. I don't give a shit. I do not care. Einmal, zweimal. Schlag weg. Ich habe schon zu viel Slay, das bei aufgenommen. Ich schon. Elf Minuten. Wir sind beim dritten Run. Schnelligkeitsteink. Okay, wir schwimmen. Na damit. Let's go. Komm, 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 komm. Äh, kann ich. Wäre geil gewesen. Aber ähm. Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Fuck it. Weiter geht's. Kampf beginnt. Servus, Vögel. Einmal, zweimal verschwimmen. Neutralisieren. Schlag, Schlag. Jetzt müssen wir eigentlich sonst nichts machen. Aber wir haben eh nicht einen anderen Eingriff, den wir spielen könnten. Whamsty, Whamsty, Whamsty. 17 Goldblocktrank. Okay. In welche Richtung sind wir sonst gegangen? In gar keine so weit. Nice. That is fun. Ähm. Ähm. Nehmen wir Messertanz. Neutralisieren. Verschwimmen. Verteidigen. Messertanz. Whamsty, Whamsty. Schlag, Schlag, Schlag. Logischerweise, wenn er nicht angreift. Verschwimmen. Neutralisieren. 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 Bäm. Bäm. Fortsetzen. Fünf gutes, 50 schlechtes. Yow. Wir sind gerade vor der Milite. Ich verliere mal lieber noch ein paar mehr Trefferpunkte. Verteidigen. Einmal Schlag. Fuck it. Messertanz. Einmal, zweimal. Dreimal, dreimal, viermal. Dann haben wir zumindest noch sieben Block. Au. Au. Ah. Das ist annoying. Whamsty, damsty. Schlag auf dich drauf. Das war zumindest eine ganz gute Kartenkombination, die ich da gerade gezogen habe. Ah. Und das ist wieder die gleiche. Quite nice. Äh. Verschwimmen. Jetzt bist du da dran. Schade. Dich hätten wir weggekillt. Wir müssen beim nächsten Mal hin. Das heißt, jetzt müssen wir gar keine verteidigen. Ziehen. Boomen nicht mal. Dann haben wir die Benommen los. Jetzt einmal verteidigt. Einmal geschlagen. Einmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich weiß, dass ich jetzt einen Benommen noch drin behalte. Aber das ist einfach ganz schön viel Block. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Verschwimmen? Nein. Obviously not. Obviously not. Obviously not. Ich weiß nicht. Ja. Mit. Fuck it. Let's do it. All right. Jesus Christ. What a disgrace. What a disgrace. What a disgrace. What a disgrace. Thousands need to turtle this gift. You're fucking shitting me. Go. Manchmal nicht stärker. Überhaupt kein Problem damit. Einmal. Zweimal. Es gibt ja so viel besser, aber er wird noch einmal stärker. Ich glaube, ich bin zu ungeduldig gerade für den da. 36, können wir dich killen in der Zwischenzeit? Ah, yes, we can. Du, Wupo, 5-8-Rank. Schnell erhebt, typischer Schlag, Großangriff. Ist alles für den Arsch. Jetzt können wir Gott sei Dank gleich noch einmal heilen. Nur damit wir nicht plötzlich, damit nichts Schlimmes passiert, wie dass wir auf einmal, keine Ahnung, was verbessern oder so. Ausruhen. Oh shit. Ding, 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 ding. Nee, beinertal. Gibt es hier 1.000 Schnitte machen, Messertanz? I don't know, I don't know anymore. Das ist ein bisschen viel, ich weiß nicht mehr. Schaden. Ist die Wahrheit hier. Verstehst du? Das ist einfach ein bisschen viel Schaden. Gehen wir dich noch kurz weg. Yo, Stompid mit deinem goddamn Schaden da drüben. Was ist jedes Mal, wenn ich eine Karte abwerfe oder nicht, wenn ich eine erschöpfe? Kriegt man den Schaden von Ding Sha, oder? Ansonsten wäre es mit dem Messer... Nein, nein, nein. I'm pretty sure about that one. Oh mein Gott, ich habe das Ding nicht. Schade. Die 1.000 Schnitte meinte ich. 11 Gold Regenerationstrank. Ich meine, Terror ist immer gut. Tori ist allerdings auch sehr verlockend. Ich glaube, wir machen Tori lieber als Terror. Und ich war da Karte los. Und zwar ein Schlag. Du musst wahrscheinlich lange genug leben, also machen wir das so und so. Versuchen wir den Regenerationstrank mal auszunutzen. Äh, tödliches Gift mal. Wann mit 36 wirst du gespalten? Du wärst jetzt eigentlich auf 45. Äh, das heißt, mit einem Angriff... Äh, mit einem Angriff teilen werde ich eigentlich schon. Du musst mit dem Messertanz angreifen. Okay, machen wir mal das. Und jetzt können wir dann bis du auf 14, 48, 47. Ah nein, wir sind ja auch noch geschwächt. Blödsinn. Hm, jetzt ist es so, dass es so geteilt ist. Also ich hau dann lieber noch mehr Gift drauf, auch wenn es nicht wahnsinnig viel bringt. Bei der 23 ist es nicht optimal gelaufen. Könnte man jetzt fast sagen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Schon wieder geschwächt. Nur geschwächt. Okay, wir haben den ganzen Regenerationstrank ausgenutzt. Das ist ja schon einmal was. Soll ich jetzt Unheil auch noch nehmen? Unheil ist irgendwie nie so gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt wert ist, genommen zu werden. Ich glaub das nicht. Gute ausgeklügelt. Ist nett. Gut. Ihr greift es einmal zu sicher beide an. Sehr zuvorkommend. Nummer sieben Schaden insgesamt. Nochmal beide. I'm not a fan. Ja und jetzt wollen es beide stärker werden natürlich. Fünfzehn Schaden. Ist ein bisschen übertrieben. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und wiedersehen. Äh, ich will das neutralisieren schmieden. Finally. Äh, fang damit an. Nächste Runde ist noch nicht so weit. Für den großen Angriff, glaub ich. Übernächste kommt er. Ja, jetzt kommt noch Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da könnt ihr mal noch ein bisschen mehr Gift drauf geben. Noch ein bisschen mehr davon. Jetzt wär gut, wenn wir ein bisserle verteidigen könnten. Ähm, jetzt wär gut, wenn wir ein bisserle. Hm. Okay, okay. Warte, 24 bringt dich auf 74. Dann ist schon soweit. Das heißt, einmal können wir es höchstens machen. Und dann müssen wir chillen. Und dann nehmen wir den Schlag, weil er dann mehr bringt. Da ist das Gift. 78 passt. Okay, und jetzt würden wir gerne... Ja, jetzt können wir natürlich gerne die ganzen verteidigen bekommen. God freaking dammit. Jo, wir behalten den Überlebenskünstler. Auf 38 zumindest. Das könnte doch wesentlich schlimmer sein. Einmal Tier drauf gehauen. Oh Gott. Noch einmal Tier drauf gehauen. Einmal ist verschleimt los geworden. Oh, wir hätten noch Block gehabt. Hier das verteidigen gespielen sollen stattdessen. 18 ist jetzt eher ungut. Okay, so blocken wir zumindest einmal. Teilst ich gleich noch einmal. Oder ich hätte ihn vielleicht zum Teilen bringen sollen. Aber ich habe schon von nachher Angst. Ja. Bin ich geschwächt? Bin ich wirklich geschwächt? Okay, einmal. Zweimal. Einmal verschleimt. Einmal das. Oh mein Gott. Genau geteilt. Fuck. Ich dachte, wir teilen gerade noch nicht. Und ich habe nicht nachgezählt. Hey, this is gonna kill me. Oh no. Please. I don't wanna die. Okay. I'm done. I'm done. Ich hoffe, es hat mir nur so Spaß gemacht dazu zu sehen. Wenn das ist der Fall war, lass doch einen Like zu abonnieren. Den Channel. Wir freuen uns im Shop im nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.